Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 675 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.